Fernseher aus, Hoffnung an. Wir motivieren Deutschland. Mit diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr zu Hause fit bleiben könnt. Immunsystem stärken, Corona schwächen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Und so funktioniert es. Statt Sofa ist Küche angesagt. Tipp 1. Obst, Gemüse, Früchte essen. Darin sind wichtige Vitamine enthalten, die unser Immunsystem stärken. Trinken ist in dieser Zeit das A und O. Und wer Säfte trinkt, hilft seinem Immunsystem gleich mit. Tipp 2. Wer nicht raus kann, bewegt sich eben zu Hause. Im Internet finden sich viele digitale Trainings. Suchen, anschauen, mitmachen. Fünfzehn Minuten können dabei manchmal ganz schön lang sein. Acht Minuten? Okay. Anstrengend, aber ist gut. Auch Sonne tanken hilft. Wer darf, geht spazieren. Ansonsten gilt, Fenster auf, Sonne rein. Vor wenigen Jahren gehörte diese Beschäftigung übrigens noch zu den beliebtesten der Deutschen. Schönes Wetter. Die Sonne tanken. Ganz wichtig, achten Sie auf Sauberkeit und Hygiene im Haus. Und ebenfalls bei sich. Hände waschen, desinfizieren. Und zu guter Letzt, eine gute Nacht, der gute Schlaf. Dann ist der Albtraum von Corona bald vorbei. Mach mit. Zeig uns, wie du diese Tipps umsetzt. Wir motivieren Deutschland. Gemeinsam besiegen wir Corona. Geh Alhtraum. Hier weiß man, håll ist er. Geh Alhtraum. Danni wir machen желatoren.